Herzlich willkommen im Briloner Bürgerzentrum. Hier beginnen gerade die Aufbauarbeiten für die große Briloner Ausbildungsbörse am morgigen Dienstag. Die städtischen sind gekommen für die 62 Aussteller, die 108 verschiedene Ausbildungsberufe anbieten. Wir erwarten am Vormittag 650 Schüler der heimischen Schulen. Am Nachmittag ab 14.30 Uhr kann jeder Interessierte die Messe besuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis morgen.